Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Ich bin Steffi von Bracenet aus Hamburg. Wir sind ein Startup und arbeiten zusammen mit Healthy Seas, Ghost Fishing und No Fear und bergen mit den drei starken Partnern Geisternetze aus den Meeren, wie man hier bei uns am Stand sieht. Aufgrund von Geisternetzen sterben jährlich Millionen an Meeresbewohnern und verenden in den Netzen. Das Problem ist, dass die Fischernetze sich losreißen oder diese werden absichtlich versenkt und bleiben dann zum Beispiel an Schiffswracks hängen oder auch an Korallenriffen und zerstören somit die Umwelt. Jährlich sagen Wissenschaftler, dass bis zu 640.000 Tonnen neue Geisternetze in die Meere gelangen, die geborgen werden müssen. Das sind 150 freiwillige Taucher und Taucherinnen von Ghost Fishing, die auf der ganzen Welt verstreut die Netze bergen. Wir upcycling diese Geisternetze zu neuen Produkten wie unseren Bracenets und auch Schlüsselanhängern und seit neuestem auch unsere Hundeleine. Tatsächlich hält sich unser Unternehmen aus eigener Kraft und durch unsere Verkäufe und wir spenden von unserem Erlös, egal ob wir unsere Bracenets verkaufen, unsere Keychains oder auch zum Beispiel unsere Teamware-Produkte, spenden wir 10% von dem Erlös an Healthy Seas & Ghost Fishing, um weitere Bergungsfahrten zu refinanzieren. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! 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 Juhu!